Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Wohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Kaiserswerth. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 58 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 700 Euro pro Monat. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017